Jenny, du bist nach der letzten Sendung angeschrieben und angesprochen worden von Menschen, die dir zu deinem neuen Mann gratuliert haben. Ich kann aber sagen, ich habe krankheitsbedingt halt nur im Moment so eine Stimme, dass die Fledermäuse von der Wand fallen. So erotisch ist das, so erotisch. Aber i bims immer noch. i bims. Genau, i bims immer noch. Und damit jetzt nicht, also das wöchentlich anders klingt, habe ich es einfach mal jetzt nochmal so beibehalten. Ganz enge Freunde von uns wissen ja auch um die Fieberfantasien. Achtung. Okay, nächstes Thema. Nächstes Thema. ACDC und Klecks. Folge 158 steht vor der Tür, Jenny. Und es ist ja, also unser Pferdepodcast ist ja wirklich jede Woche eine Wundertüte. Wenn man es mit einer Zeitschrift vergleicht, dann sind wir mal der St. Georg für Hafis, mal sind wir so eine kleine Reiterrevue zum Anhören. Diese Woche würde ich sagen, sind wir sowas wie die Gala, die Galopp-Gala sozusagen. Um das vielleicht mal so besonders schillernd zu erzählen, was ein Thema unserer Sendung sein wird. Ein international renommierter Kühlmusikproduzent wird in Kürze für uns tätig werden. Er kann das allerdings noch nicht sofort tun, weil er gerade sich noch in den Vereinigten Staaten von Amerika befindet, in Sachen Pferde und so. Tschika Tschaka hast du nicht gesehen, aber der renommierte Kühlmusikproduzent Markus Hinske wird für uns tätig werden. Wie kam's? Also wenn das jetzt nicht Hollywood ist, also dann weiß ich's ja auch nicht. Also ich hab mir ja bei dem Turnier, das der hessische Haflinger Zucht- und Sportverein im Oktober veranstaltet, ein bundesweit ausgeschriebenes Hafi-Turnier. Habe ich mir ja gewünscht, ihr müsst aber auf jeden Fall eine L-Kür machen. Ich will meine Kür, endlich mal eine Kür reiten mit dem AC, auch wenn er erst sechs ist und das ein bisschen ein enges Ding wird mit der Kür. Aber ich will's zumindest versuchen. Und ich will natürlich Musik von AC-DC. Und Michaela hat geschrieben, wir haben extra für dich eine Kür ausgeschrieben. Da muss ich natürlich auch reiten, ganz klar. Also man muss sich ja immer erst qualifizieren. Ich hoffe, dass ich das auch schaffe, dass ich die Quali schaffe und auf jeden Fall in die Kür reiten darf. Falls ich die Quali nicht schaffen sollte, werde ich fragen, kann ich ohne Wertung einfach nur diese Kür reiten, sonst nix. Also hochnotpeinlich wäre das dann schon, ne? Du hättest vielleicht oder vermutlich die am aufwendigsten produzierte Kürmusik und du hättest dich sportlich nicht qualifiziert. Das dürfen wir keinem erzählen. Das wäre schon doof, vielleicht kann man das irgendwie so den Richtern im Vorfeld mal sagen. Also gib dir doch mindestens mal eine 6-0, dass sie in die Kür kommt. Ich frage mich dann ja auch, wie finden so Richter AC-DC? Das sind ja jetzt eher, also… Normalerweise müssten die mich ja schon da drüber heben, wegen des Namens. Dass sie gespannt sind, wie ist denn die Kür mit einem Pony, das AC-DC heißt? Das muss doch abgehen, denen müssen doch die Toupees in die Luft fliegen bei sowas. Und ich, also ich muss ja auch sagen, so eine Kürmusik, ich glaube ja schon, dass das echt entscheidend sein kann. Ich habe das mal erlebt beim Festhallen-Reitturnier, wenn da quasi Dressuren ohne Musik laufen, dann ist so die Stimmung im Publikum, ist es eher so verhalten. Aber mach irgendwas, ich erinnere mich… Ingrid Klimke mit Franziskus, der Hammer. Ja. 2019 war das, glaube ich, oder 2018, ich weiß gar nicht mehr. Und dann gab es irgendwann, ich meine, Ann-Kathrin Lindenhoff hätte sich dann auch in den Sattel gesetzt und da war dann irgendwie dieses Gangnam-Style-Lied, wenn du dich erinnerst. Das war so ein Disco-Gassenhauer, die Halle steht Kopf. Also, so Kühen sind schon cool. Mit dem Nixen konnte ich das ja nie reiten, weil der fand Musik uncool. Und der ist zwar getanzt, aber nicht auf dem Fleck, wo er sollte, sondern der ist halt regelmäßig durchgedreht. Ich bin einmal mit dem Nixen eine Kür geritten, ich habe noch nicht mal eine Wertung gekriegt, weil ich die meisten Lektionen ausgelassen habe. Ich dachte, lass es vorbeigehen, lass es vorbeigehen. Also, die Kür rückt näher, außerdem erzählen wir im Podcast. Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens? Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt. Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist? Ich habe einfach auf felby.de geschaut. Da gibt es ausgesuchte Artikel von Top-Marken aus den Bereichen Futter, Snacks und Accessoires und auch die passenden Themenwelten. Für Hund und Katz gibt da zum Beispiel einen Magazinartikel, ein Kätzchen zieht ein, heißt er. Da konnte ich genau nachlesen, was ich brauche. Das ist ja super. Dann finde ich bei Felby vielleicht sogar Tipps für das Reisen mit dem Hund. Du weißt doch, dass Wuschel bald mit auf Wanderung soll. Auf jeden Fall. Und noch besser, bei Felby gibt es eine große Auswahl an Outdoor-Bekleidung. Auch für dich von beliebten Marken wie zum Beispiel Fjellreven, Bergans oder Derbe. Für die nächste Gassi-Runde oder eben die nächste Wanderung. Ein richtiger Lifestyle-Online-Shop. Für dein Tier und für dich. Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felby.de mit dem Code AUDIO20. Alles groß geschrieben AUDIO20. Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felby. Für die beste Zeit mit deinem Tier. Ich glaube, wir sind noch ein Teil des Lehrgangs bei Raimund Wille schuldig, denen du ja mit Klecks geritten bist. Und ich habe noch so dies und das auf der Liste, die du nie anguckst. Aber warte mal, lass mich hier gerade noch mal gucken. Ich bin hier der Star, du bist der Redakteur. Genau. Ich habe hier noch Hörerin. Wir haben Hörerpost bekommen, uns gar nicht erwähnt in der Sendung. Hörerin hat Ferndiagnose für Klecks erstellt. Kennst du? Werden wir uns jedenfalls mit beschäftigen. FN verbietet das Tuschieren bei Springpferden, weil wir es letztens davon hatten. Gott sei Dank nicht bei Dressurpferden. Was ist Katze? Unser Essen. Und Dominodeln haben wir auch noch nicht erklärt. Habe ich gerade gestern mir sagen lassen müssen. Also machen wir alles. Was sind denn eigentlich Dominodeln? Unsere schönen Spleens, unsere Pferde, unser Weg ins große Dressurviereck. Tschüss. Montag wieder. Tschüss.